Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Juhu, wir sind wieder mal da und aktuell sogar täglich. Das geht ja, das ist ja mal, wow, gut, dass er gerade weg geht hier. Können wir gleich mal schnell speichern. Weil, schnell speichern. Huch, erstmal kurz gucken. Ja genau, weil das war jetzt nämlich der Plan, den ich ja hatte. Hier erstmal kurz ein bisschen, ein bisschen klauen. Aber warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Oh Gott, wie kleiner Vollidiot-Bubele. Da kriege ich gleich alles auf einmal. Und habe keine Probleme, weil ich ja gerade eh nicht gesehen wurde. So, dann hat sich das auch schon direkt beim ersten Versuch geklärt. Ich möchte laufen. Jo, sehr schön. Ja und jetzt werden wir nach Telbranora. Ja, hier ging es raus. Oh, ne komm, egal. Direkt nach Telbranora, dort mit der netten Dame reden. Und vielleicht kriegen wir ja sogar doch den, ähm, gut, äh, gut drin überzeugt. Gothrin. Irgendwie so hieß der, also G-O-T-H-R-E-N. Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall, äh, Telbranora. Und wir müssen erstmal nach Phos zurück, würde ich mal raten. Und, wollen wir mal ein bisschen Akrobatik trainieren? Ah, warum nicht, ne? Autsch. Äh, äh. Ah, bin gerade, doch, ich bin gesprungen. Und mir ist nichts passiert, das ist ja mal krass. Das kenne ich ja mal gar nicht hier. Ähm, so nach Phos. Und dann hoffe ich mal, dass wir vom Phos aus irgendwie ein Phos aufmachen können. Äh, nee, ähm, nach, 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 nach Telbranora runterkommen. Dass das Schiff uns da irgendwie hinfährt. Eigentlich muss das ja der Fall sein, oder? Äh, hoffe ich doch. Hm, 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 la, 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 morrowind. Schnubbididu. So. Was ist das über? Was ist das über? Fragst du mich? Es geht darum, dass ich ganz gerne nach Zadrif-Mora erstmal möchte. In Tel-Mora war ich ja schon. Und jetzt möchte ich mit dir nach Telbranora, bitte. Telbranora. Hui. Das geht ja einfacher und schneller als gedacht hier heute. Oh, danke. Wow. Da. Äh, wir warten mal kurz ein paar Stündchen. Bitte kein Level ab. Jawoll. Ich wollte es einfach nur hell haben. So, die Hose, die ist so gut wie leer, glaube ich. Ah, ne, die ist wieder voll mittlerweile. Ja. Und das Knistern, das war eben gerade meine Flasche, die neben mir steht. Äh, ich gehe auch wieder direkt nach oben, würde ich mal sagen. Hui. Oh, der summt da vor sich hin. Humming. Hm, 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 hm. Halla. 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 Eingang? Wo? Ah, hier vielleicht. Upper Tower. Gucken wir doch mal. Ach ja, meine lieben Yes to all. Ah. Mhm. Ach komm, lass mich bewegen. Mit wem, mit wem, mit wem, oh mein Gott, reden, ne? Ähm, kann ich hier mal bitte vernünftig langlaufen? Komm, ich nehme mal kurz die sieben Mindstiefel raus. Aus. Go ahead. Go ahead. Oh. What do you want? Gellion. Terenas Chamber. Das scheint es wohl zu sein. Das ist auch Terenas Chamber, beides. Mal kurz schnell speichern. Ach, ein bisschen anders hinsetzen. Äh, ja. Das habe ich, das habe ich mir schon fast gedacht. Hui. Hm, hm, hm. Lass mich hoch. Ey, Leute. Musik. Wow. Und der hat natürlich direkt so einen Khajiit-Sklaven. So, Frau Terena. Speak quickly, Outlander, or go away. What are you here for? Are you here to feed the spiders? Ähm, nee. Ich bin tatsächlich der Telvani-Hortator. It's a steel box, of course. Ähm, you keep things like bittergreen roots in it. Keep them fresh with a little natch blood. Or is that a... Hormator? Yes. Or spiders. In the box. Spider-Rex. Keep them fresh. With natch blood. You wouldn't have any with you, eh? Spider-Rex. Nice fresh ones. So go ahead. Show me the, uh, Hordator. Hormator. You got it with you? Always happy to get some fresh, uh, spider-Rex. Or spiders. When I was much younger. When grew, uh, we grew our own spiders. Listen politely. Tell your story and ask to be confirmed. Uh, a muser then quickly ask to be named Hortator. Uh, listen politely. Also bis jetzt, ähm, labert ihr eigentlich nur Müll. Von wegen, äh, dass sie ja, sie hat Hortator nicht verstanden und stattdessen ein Gericht, Hormator verstanden, was anscheinend mit Spinneiern zu tun hat. Und, äh, das hat sie jetzt gerade einfach nur ein bisschen ausgeschmückt mit, äh, Natch-Blut und, äh, was noch hier, Spinneneiern und, äh, oder doch, waren es doch eher frische Spinnen. Aber das wäre dann eher ein Hordator anscheinend, also irgendwas, eine Art wie ein, ich würde mal beraten, äh, zwar keinst du, was Eintopf wäre, aber ich würde beraten, vielleicht so fast in eine Richtung wie ein Eintopf. Ah, in Hormators, big ones, needed, äh, needed a big for the spiders. What? Spiders? You're listening? Spiders, that's what I said. Big ones. So you need a big, äh, Hortator. Ours was steel, with silver plating, Kier Jo, used to polish it, äh, cute little kitty, had it since, äh, since it was a bitty kitty, äh, gone now, of course. Drop dead, äh, they get old, and you have to get new ones. Never quite as good as the old ones, of course. But what can you do? Oh, there you are, Krosos Kralek. What was your name again? Are you listening to me? Continue to listen politely. Mistress Tereda continues to shatter, admirably, with no sign of stopping. She looks like she could go on forever. Uh, Storbanley continue to listen politely. Yes, indeed, uh, sustained as she is by the necromantic arts, uh, it may be that she can, in fact, go on forever, shattering, admirably, without stopping ever. Mistress Tereda continues to shatter, admirably, with no signs of stopping. Blah, 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 tell your story, and asked to be confirmed. Who wants to talk about homators? That's boring. It's so boring here, with no one to talk to, except Telami, Heralo, and Mondas Daris. Uh, blah, 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 themself, it's so dairy, it's old, and smart, surprising, or funny, something to do with the spiders, but no, just, apparently falling asleep in the mid-sentence. Alles klar. Bin ich grad. Ach, ich schweb ja grad noch. Oh, it's you again. Telvani Hortator. I'm you, sir. Goodness, where did you learn how to do that? Can you do it again? Oh, very pretty, do it again. Oh, please, please. Oh, certainly I have a Hormeda around here somewhere. If you just, oh, you want to be a Hortator? Certainly. Go right ahead, right after you do that thing again. That's amazing. Oh, goody, goody. Ähm. Bin ich jetzt ein Hortator von ihr? Also, darf ich ihren vote? When I managed to catch mistress, äh, Terranas attention, it was easy to get her to agree to vote for me. I'm not sure she knew what she was voting for, oh, why? But when I asked, will you vote for me as Hortator, she said, quite clearly, you want to be a Hortator? Certainly, go right ahead. Okay, also das scheint kein Problem gewesen zu sein. Ähm, das war's dann auch schon damit. Äh, das heißt, wir gehen jetzt mal zu den Herren Gotren. Und, äh, ja, erstmal nach unten. Die Tische, ne? Tische funktionieren ja nicht so wirklich. Hauptsache, die brabbelt ja erstmal so ein Gehirnmüll. Äh. Äh. Alter Schwede, hat die einen Schuss. Die hat echt den Schuss nicht gehört. Äh, weiter runter. Autsch. Äh, nochmal weiter runter. Komm an. Lass mich. Äh, aha. Da, krieg ich's hin? Krieg ich's? Nein, doch. Ah, autsch. Oh, das war eine normale Tür. Aber es ist anscheinend richtig. Hauptsache, die plappert da die ganze Zeit und hört nicht auf. Tower Dungeon? Haha. Ähm. Da fahrt ihr auch gar nicht hin. Darf ihr mal bitte wieder zurück? Ich möchte doch einfach nur raus aus diesem Turm. Leute. Telbranora. Na, endlich. Sehr gut. Schnellreisen geht in diesem Spiel nicht. Haha. Ich muss also wieder zum D-Dogs da vorne laufen. Und. Das machen wir mal direkt. Wir können dann auch gleich nach Telarun hoffentlich direkt. Das wäre schön. Wenn wir dort einfach mal direkt ohne Umweg hinkommen würden. Ansonsten halt nach Sardrif-Mora wieder und dann nach Telarun. Ah, ne. Da müssen wir ja mit den Dings, mit dem Waterwalking hinlatschen. Travel. Ja. Sardrif-Mora und dann, ähm, zu Fuß übers Wasser. Da war ja etwas. So. Da geht es nämlich hin. Schnell speichern. Das mache ich extra, weil ich, ähm, nicht genau weiß, ob ich es beim ersten Mal schaffe. Aber klar doch. Natürlich schafft er das. So. Gleich sind wir da. Oh. Wenn ich, äh, ich wollte gerade raus scrollen, aber es geht ja hier nur mit Tab. Ähm, wenn ich raus scrollen, ich habe ja drei Monitore auf, dann, dann scrollt er auf dem linken Bildschirm, äh, im, im Browser runter. Hab mich, hab mich gerade einfach nur gewundert, wollte ich euch nur gesagt haben. Äh, ja. So, Herr Godrenn. Äh, genau, die Schuhe, die waren, die waren, äh, die Hose. Die war hier irgendwo. Ähm, schnell speichern nochmal. Sniff, sniff. Sie funktionieren. Upper Tower. Du bist hier ein Outlander. Nein, eigentlich nicht, eigentlich bin ich jetzt wirklich. Äh. Komm schon. So, Schuhe aus. Kopf an. Der hat natürlich Deedra-Fürsten noch nebenbei. Das kann also sehr schwierig werden, wenn ich ihn jetzt töten möchte. Aber ich habe eigentlich alle Zusagen jetzt. Das heißt also, er kann eigentlich nichts anderes sagen als, hey. Ich nenne dich jetzt Hotator. Yes, I am still taking the matter of your appointment as Telvani-Hotator under consideration. I said I will need some time to reflect and consider and to confer with the other Telvani-Councillors. I told you to leave me. Don't make myself repeat. Don't make me repeat myself. So, Entschuldigung. Ähm. Dremora. Dremora. Und. So, noch. Ach ja, das ist ja hier so. Äh, once I got bla bla, my story. Master Aron told me that Argenmeister Gofran never directly refuses Quill Crest but delays them. Never giving an answer. Master Aron advised killing Gofran, which is how political disputes are resolved in House Telvani. Okay. Das heißt, ich muss ihn irgendwie dazu bringen, eventuell mich anzugreifen. Ich habe ja davor kurz schon gespeichert. I said bla bla. Okay, weißt du, was wir jetzt machen? Wir werden den jetzt einfach mal drohen. Taunt. A good thrashing is what you need, Bretton. Taunt. Go away. Taunt. Go away. Taunt. Go away. Taunt. Go away. Und taunt. Mal gucken. Gleich steht dann. Ha, die Thatcher. Oder irgendwas anderes. Jetzt war es doch zu laut. Voll merkwürdig. Irgendwie ist die Tonspur die ganze Zeit voll leise. Wenn ich so rübergucke. Perhaps I will end yours. Ich frage mich, ob er dann einfach schon direkt angreift, wenn ich jetzt aufhöre damit. Oder ob da echt erstmal ein Goodbye kommen muss. Goodbye. You're pathetic. Persuasion. 10 Gold. Success. Taunt. Success. Perhaps I will end yours. Muss ich ihm jetzt immer wieder 10 Gold geben? 10 Gold geben. Um dann sagen zu können, taunt. Nö. 10 Gold. 10 Gold. Taunt. Get lost. Ach, Intimidate war ja auch nochmal so von wegen, dass er vielleicht die Schnauze hält und versucht anzugreifen, ne? Das heißt ja einschüchtern, ne? Okay, set it down. Get lost. Hauptsache man schafft das so einmal zwischendurch. Der hat schon gar kein Interesse mehr eigentlich. Okay. Das heißt, ich muss anscheinend den ersten Schlag machen. Äh. Ja. Dann ist das wohl jetzt der Fall. Komm, wir machen mal. Ja, wir versuchen mal einen Schleichangriff. Du hast keine Mannschaft. Vielleicht mit einem Schwert taunt. Das wäre auch nochmal schön. Du bist pathetisch. Goodbye. Ja gut, okay. Der wird echt uns nichts zum Hotator nennen. Äh. Ja. Wo ist der Schlag? Ich würde mal sagen... Machen wir einen Geronimo oder... Ne, komm, wir gehen hinter ihn, ne? Nein. Du hast keine Mannschaft. Du hast keine Mannschaft. So, jetzt gucken alle dorthin. Und, äh, ja. Ich bin irgendwie nicht versteckt. Need I call the gods? Ja. Äh, du hast hier deine Wachen so oder so schon links und rechts neben dir stehen. Ähm. Ich frag mich, was die wohl so drauf haben, alle. Gut. Ich würde mal sagen, damit war's das mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge werden wir dann den Herrn Godrin, den Gar ausmachen. Würde ich mal raten. Nein, Quatsch. Ich mach das jetzt noch so, Leute. Gut. Okay, komm. Wir fangen mal an. Ähm. Wen zuerst? Den Dreh-Mohra? Den Dreh-Mohra? Oder den Godrin? Den... Oh mein Gott. Na los. Das ist geschlagen. So. Der muss so gut und ohne Rüstung sein. Unglaublich. So. Aber... Kann ja auch ein bisschen was. Und dadurch, dass ich mal mein Lieferling kriege. Alter, das ist laut. Kleinen Moment. Da hört man sich ja selber gar nicht mehr. Sehr krass. Du kannst noch leise... Okay, jetzt hab ich das mal richtig leise gesehen. So. Hey, Mann. Lass mich schlagen. Lass mich schlagen. Sache. Der stellt sich nicht hinter mich, ne? Wenn er mich schon so gelähmt hat. So, dass ich ihn noch treffen kann. So. Oha. Kann sowieso enden. Nein, er hat einen Trank genommen. Aua. So. Das ist das Ende von den Herrn Godrin. War hier irgendwie vorausgesagt. Das ist ja krass. Und die Heels klappen jetzt auch andauernd. Das liegt aber auch daran, dass ich volle Ausdauer habe und stehen bleiben konnte. Das war's mit Godrin. Hat sich das Tagebuch aktualisiert? Ne. Hat es nicht. Gut. Dann gehen wir dann jetzt nochmal zu Master Iron. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde das mal unter einem anderen Spielstand quasi absehen. Oh, das. Oh, ein Diedriches Langschwert. Wow. Take all. Godrin. Was hat der so schönes? Einen Diedrichen. Einen Diedrichen Dolch halt. Und ein paar exklusive... Oh, Mana Heidränke. Nice. Äh, take all. Dann haben wir hier noch einen Dremora. Der hat... Einen Droik. Einen... Also einen Droik, Droik, Droik. Äh, Klapp. Ich weiß, was es ist. Aber mir fällt gerade das deutsche Wort einfach dazu nicht ein. Streitkolben. Danke. So. Ja, haben wir ihn ein bisschen ausgenommen. Und... Habe ich ein Kopfgeld gekriegt? Nö. Sehr gut. Alles klar. Ich werde das... Ich werde das... Die haben noch nicht mal was dagegen gemacht. Na, die haben da echt kein Problem mit. Safe. Ähm... Und ich habe ja hier meine Sicherheitsdateien. Ähm... Nur welche nehme ich denn? Ich nehme mal die hier. Weil ich ja jetzt mittlerweile weiß, dass das Schild, äh, nur, äh, Beschwörungssauber war. Okay. Yes. So, die Datei nehme ich jetzt. Und, ähm, würde mal an dieser Stelle sagen, danke fürs freundliche Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und, äh, ja, schaut bei den sozialen Netzwerken vorbei, ne? Und ansonsten, sag ich mal, jetzt nichts weiteres als, haut rein. Und, nichts weiteres, ja, nichts weiteres als, ich sag voll auf nichts weiteres in meiner, äh, ab Moderation, ne? Egal. Haut rein. Und, den Gottren sag ich für immer, tschüss. Und, ja, bye.